Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Animal Crossing. Guten Abend, liebe Bewohner! Es ist Donnerstag, der 31. Oktober 2024, 19.43 Uhr hier auf Wunder. Bis heute um Mitternacht feiern wir ein super besonderes Halloween-Event. Jux und Gruseleil. Alle verkleiden sich oder vernaschen Bonbons und Lollis. Wieso habe ich keine Lollis bekommen? Ich habe nur Bonbons bekommen! Andeutet in Verkleidung. Das wird ein Spaß. Hi, Sam. So, damit sind wir für heute am Ende. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Ey, ich habe es so in meiner Wohnung gekrischen. Vor allem, ich habe einfach gerade die Haare zusammen nach oben gebunden und war nur in diesem Ding. Ich glaube, das war auch schon gruselig. So, gut. Ich würde sagen, wir starten. Ich bin Jacob, der Prinz von Halloween. Das ist die nachtbeschauerliche Neckereien und süße Leckereien. Komm zu mir, Halloween ist hier! Es war so aufregend, diesen Tag näher zu sehen. Ich hatte direkt Gänsehaut. Jetzt ist es soweit. Ich brauche einige Hilfen. Sag mir, Kürbiskopf, denkst du, du hast das Zeug dafür? Aber absolut! Äh, hey, so lobe ich mir das. Und natürlich belohne ich gute Arbeit meiner Untertanen auch prinzlich. Du fragst dich sicher, was für eine Arbeit das ist. Also, pass auf, bring mir Bonbons. Aber du hast gar keine Bonbons. Und warum hast du keine Belohnung, Kürbiskopf? Es ist mir gleich, ob du welche kochst oder jemanden nach Hause suchst, um welche zu bekommen. Hauptsache, es sind deine Bonbons. Und dann meine. Und jetzt geh, schnell! Eile und huldige mir mit Bonbons, meine Untertanen. Ich bin Alice, little sis. Heute bin ich aus der Basement. Hi, everyone. Oh, ich bin mir die O-O-O-O. Ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. thank you did you see when children want to fight against me so and now we're going wo's in your bonbons you're a bonbons so but wait, oh sorry guys um wo's my webcam here so hmm hmm felt like hmm no 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 hmm 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 now it's a little bit better yeah ok aah I have my stream ended oh good also, eh, eh, I see you not anymore sorry so, now ok got it back ich bin auch da, dankeschön was fehlt mir da eigentlich schon wieder? die Gießkant ne cash beschleuder casher angel schaufel so, rausholen schaufel schufel 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 abend, oder? endlich ist halloween gekommen aber pass gut auf wenn du dein verkleidet und keine bonbons gibt oder leute ich könnte spielen sie dir streiche sag dir mal wie das so läuft süßes hat's gibt saures gib mir bonbons oder lollis sonst, sonst muss ich deinen streich spielen bitteschön huh, hoffentlich vergessen ich nicht, dann sehe ich diese leckerei danke dir, Flupilay und weil du so nett warst, habe ich auch etwas nettes für dich ne, Kürbisgelander? Dann passt es doch gut zu Halloween. Hallöchen, Torti. Die hat heute Feierfreiheit. Also heute Nacht ist eine besondere Nacht. Deshalb bringe ich dir jetzt eine passende Emotion bei. Gib mir Bomben und Lollis. Oder ich bin ganz gemein zu dir. Knuddelig, oder? Dabei kannst du andere so richtig schön erschrecken. Probier es mal aus. Ich habe die Emotionen erschrecken erlernt. Nein! Ich habe doch keine Angst vor dir. Trick oder Truffel? Na, wie findest du meinen abgewanderten Halloween-Spruch? Geht nicht so steil. Ist mir egal, lass mir jetzt sofort. Warum haben sogar Leute hier drüber wachsen? Du hast du was. Holla, so muss das laufen. Danke dir, Spatzi. Oh Mann, jetzt habe ich natürlich das Volk. Ja, das bedürfen sie auch was Gutes zu tun. Wie was mit einem formschönen Kürbis-Tisch-Gedeck? Wie viel gibt's doch eigentlich? Übrigens, Leute, meine Hände sind tot von dem Blut. Das geht nicht mal ab. Halloween reagiert! Kaboom! Siehst du sollst ein saures Kleines, wenn ich dir einen Streich spielen soll, dann rück. Wenn ich dir keinen Streich spielen soll, dann rück. Bonbons oder Louis raus? Ja! Jetzt verteile ich dir jetzt schon Bonbons. Das solltet ihr ja eigentlich eher dem Ding bringen. Von wem kriege ich jetzt Bonbons? Sian, du bist vorbereitet. Ich bin mal eindruckt. Jetzt hol' ich dir was. Hm, wie wär's denn mit nem Kürbis-Töpfig? Gibt mal was? Sie hat das online. Dann noch viel Spaß. Bescheid mich mit Bonbons und Solli, sonst sett' es was. Ähm, was soll's denn, Kubo? Stimmt, ich könnte auch noch meine Torfisshörnchen aufsetzen. So. Ich bekomme einen Lolli! Goal. Oh, eine weitere Hülle noch? Wo ist denn das? Hey, wo ist denn das Gruseln? Da. Das ist Ballon! Hey! Hey! Ups! Hey! Da! So. Kopfen wir mal. Und jetzt schlicht ich was Süßes haben. Und? Habt ihr heute schon an Kindern was verteilt? cool, ich krieg'n Bonbon! Cool, ich krieg'n Bonbon! Yay! Aha! Okay, ich krieg'n Bonbon! Okay, jetzt weiß' ich, wie man da noch mehr Bonbons rankommt. Nö! Was?! Ich brauch'n Adresse, dann klingel' ich mal. Ich brauch'n Adresse, dann klingel' ich mal. Ja, da hat mir ja schon was Süßes gegeben. Ich kriege'n. Und wenn uns da noch nicht leid. Das war Gott! Ich krieg'n. Ja! Ich kriege'n. Wo ist denn das? Oh Gott! Oh Gott! Bambambambambt Wow, Gombs So, dann gibt es hier Bonbons! Kürbisbohnen, haben wir die nicht schon bereit? Oh, drüben. Ja bestimmt, die habe ich ja auch noch. Ah, das Todesrad hier. Will ich den Rückenpreis wissen? Hm, ich glaube ich verkaufe, oder? 112. Und man kann heute sogar noch mal einen Bombenum kaufen. Perfekt. Eine Schaufel, um ein paar Leichen zu vergraben, ne? Haben wir ja schon einen. Ja. Schon wieder! WTF?! WTF?! Was denn jetzt sehe ich ja noch viel besser aus? Cool! Wie geil! Hey, jetzt sieht es mir ja noch ähnlicher. Ja! Good to know! So! Bum bum! Bummm! Wie viele Eifens braucht man eigentlich zu dem ganzen Halloween-Kram? Ja! Und das Jack schon wieder! Jack! Where are you? Bummm! Hat jemand Jack gesehen? Bummm! 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 So So Ist sie jemals ruhig? Nee. Bettina hat heute noch gar nichts gekriegt. Loli! Nya, Nya! Da ist sie gut. Ey, wo ist jetzt der Jack-Champier dahin, Alter? Ach, da ist er doch. Ich hoffe, der nimmt immer eins, ne? Der schmerzt ganz schön. Cool! Hmmmm. Loi! Oh, ja. Ich bin in Halloween mode. Cool. Das ist ein fucking Pudding. Oh, ja. Hahaha! Hahaha! Komm schon, komm schon! Here we go! Blablabla! Oh Gott! Oh Gott! Wie viele Loli brauche ich jetzt? Und wie viele Bonbons? Oh Gott! Das ist so schön. Aha, die Kürbiskutsche. Aha! So, jetzt... Pauschen wir mal noch ein paar Bonbons. Oh, noch eine Anleitung? Dankeschön! Guido! Oh! Wo ist der jetzt hin? Da! Aha! Perfekt! Gido-Tag! Happy Guido-Tag! Guck mal, jetzt haben wir schon drei neue... ...erlernbare Sachen. Wuhuu! Kürbiskutsche! Wuhuuu! Kürbiskutsche! J出來 im денibaren tjeck.. Fra�! Sch Lorvko? Givet der Sklerlande! **** Ein Geschenk! Jetzt habe ich schon zwei Geschenke. Ein Schriftzugmetzer und... Oh ja, den nehmen wir doch. Was sind denn jetzt die ganzen Bewohner auf einmal alle hin? Ich brauche wieder einen GPS-Tracker. So, dann teilen wir mal wieder ein Bambam aus. So, jetzt haben wir Lolli Nummer 3. Wenn ich jetzt wieder Jacob finde, kann ich ihn aufnehmen. Da ist er doch. Bitteschön! Noch ein Lolli. Der hat bestimmt schon Diabetes. Was kriege ich diesmal? Ein Kürbis-Schnapp! Haben wir den nicht sogar auch schon? Nein? Okay, gut. Ich brauche jetzt noch einen Lolli. Ich brauche Lollis! Blubblubblub! Lollis! Ich brauche, mal die Linus! Wenn ich hierzu yaz. N Ich brauche... Lollis! Ah! Sorry. Da draußen hat grad jemand ein Feuerwerk abgespielt. Ja. Muss ich dahin? Ich will spielen! Heute ist Halloween! Zum Glück höre ich den grad noch nicht. Aber ihr auch nicht. Aber Glitzer gibt's trotzdem. So, hier ist er. Was? Was? Warum hat da grad ein Feuerwerk abgespielt? Wo krieg ich denn jetzt noch mehr Lollis eigentlich her? Nein, ich hab nicht schon wieder irgendwas mit Elektronik runtergeschmissen. Wuhu! So. 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 Jetzt ist es jetzt gezauert. So. Ich seh hier wie das Möbeln hochgefilmt. So. 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 Junge! Wer lässt denn da draußen eigentlich gerade Feuerwerk steigen? So! Pfff! Aber später beim Horrorspiel höre ich dann die Stickers. So! Genau, jetzt kriegt sie ihren... Ich brauche noch ein paar Lollies. Ich weiß noch gar nicht aus was ich morgen geh. Oh ja! Ein Kürbisbaum! Na warte mal, Rottweiler, du kriegst auch noch mal einen Glitzerstoff. Here we go! Ich sehe Guido da oben. So, jetzt aber noch ein bisschen Glitzerstopp für jeden, oder? Also ich habe alle vier Backroom-Games, äh ne, alle drei Backroom-Games und 24 runtergeladen und so machen wir auch. Dankeschön, HLTWS. Wie gesagt, ich höre Songs erst später, wenn ich das andere Spiel starte. Aber ihr hört es ja schon mal. So. Hi, HLTWS übrigens. Ja, genau. Hi, sorry. Dankeschön für deine Trompete. So. Eigentlich haben jetzt drei Leute Bits gemacht. Wieso kriege ich jetzt kein Hype-Train? So. Warte mal, HLTWS kriegt auch noch Glitzer. Wo ist HLTWS da? Oh, HLTWS, was gehst du heute? Was ist vor allem? Aber... Oh, Rest in Peace. Dankeschön. HLTWS. Bist du so gruselig? Okay, erzählen wir von einer gruseligsten Eigenschaft. Ich brauch Lollis. Dankeschön, HLTWS für deine Nickton-Bitties. Vielleicht zählt es heute nicht. Oh, Kürbissturm. Oh, ja, okay. Jetzt ist der Hype-Train da. Also, er kommt. Dankeschön, Siato. Wow. Äh, chill mal. Tja. Das hab ich mir ja auch überlegt, ob ich es heute mal besonders bin. Oh. Meine gruseligste Eigenschaft ist ehrlich zu sein, auch wenn es zu meinem eigenen Nachteil ist. Die hasse ich an mir. Super. Ich kann nicht lügen. So, Siato. Da. Nenni, schön. Übrigens, das Ding ist echt verdammt kurz. Da unten ist noch mein Bobbus. Ja, und so hab ich grad eben jemanden die Tür geöffnet. Ich bin nicht gruselig, die haben alle schlechte Ohren, dass man mich nicht hört. Wie, dich hört man nicht. Hä? Weitere Lolli... Was? Oh, ich muss noch mehr Lollis abgeben. Oh, Junge. Oh. Oh. Oh, naja. Oh. Wow. Oh. Oh, naja. Oh, naja. Ähm, mein Chef, der ist auch ultra leise. Der war auch letzte Woche zweimal plötzlich hinter meinem Stuhl. Und einmal, da kam ich mir richtig schlecht vor. Ich habe gerade meinen Urlaub in mein Handy eingetippt, damit ich weiß, wann ich solche Urlaub habe. Und ja, da habe ich mich voll erwischt gefühlt. Obwohl ich nichts gemacht habe. Ich habe nur meinen Urlaub in mein Handy eingetragen. So. Und einmal, ich sitze ja voll oft mit den Füßen auf dem Stuhl. Und da habe ich mich auch erstmal normal hingesetzt, als er plötzlich in dem ersten voll mit dem Knie an die Tischkante natürlich. Also so auffälliger ging es gar nicht. Bambams! Oh, da kenne ich auch einen. Ich kann inzwischen meine Kollegen, wenn sie laut genug sind, auch erkennen, wer auf seinen Platz geht. Also ich bin halt ziemlich weit hinten im Büro und kommen eh nicht so viele durch, aber ich sage mal, zwei Kollegen erkenne ich an ihrem Schrittgang. Der eine trampelt auch etwas. Jetzt zeige ich noch eine Lolli. Ich brauche mehr Lollis! So. So, mal gucken, ob ich jetzt noch irgendwas Neues bekomme. Wenn nicht, dann habe ich glaube ich die Lollis durch und dann gebe ich ihnen gleich nur noch Bonbons. So. NANI! Zeit für den Zucker! Ich muss jetzt gerade an Konterer denken. An seinen Charakter. Achso, okay, gut. Ah, okay, mit Lollis bin ich durch, glaube ich. So, dann gucken wir mal, was wir noch von den restlichen Bonbons kriegen. Okay, bist du? Ich hab' den Körbistisch. Hm, hab ich das für meinen offline Charakter. Nee, die gibt mir jetzt auch noch einen Körbistisch. Ne Körbistricklampe. Ah, das sind die ganzen Sachen, die man dort auch kaufen konnte. Discord hat mich gepinkt und so. Oh. Körbistisch. Okay. Okay. Ich glaube, das krieg ich immer noch random stuff, oder? Ich hab' den Lolli. Den nehm' ich mir aber auch. Ich hab' den Lolli. Ich hab' den Körbistisch für den Körbistisch. Bambam. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bambam! Kürbis gelandet haben wir auch schon, okay. Ich glaube, das kriegen wir dann auch so Sachen hier doppelt. So. Tentatron, hier ne Lolli. Mal gucken, was wir für ne Lolli kriegen. Yay! Ich bin auf einer Halloween Mega VIP Liste! Guten Morgen! Gewisse Süßigkeiten sind, habe ich doch auch schon. So, und Paddel, hast du schon Süßigkeiten verteilt? Okay, ich glaube, das war's langsam. Mh Lolli Ärger? Mh Lolli und seinem Mal gucken! Mh Lolli raus! Mh Lolli raus! Oha! Ja, also ich hab schon was verteilt. So, komm, spiel mein Streich. Jetzt bin ich ja blau! Aber kann ich das jetzt eigentlich behalten? Ich will wieder weiß sein. Und, hat dir schon mal jemand einen Streich gespielt? So. Ändern wir es. Geiler. Ich bin lila! Und nicht blau. Noch nicht. Konsequenzen! Hm. Hm. So. Gut. Leute, verteilen wir nochmal die restlichen Bonbons. Schmusa, hast du schon Bonbons verteilt? Oder irgendjemanden weggenommen? Ich rein, hast du noch einen Besuch. Ich hab, wurde auch noch erschüttert. Und dann steine los. Ich hab, wurde auch noch nicht schließen. Ich bin, andersrum. Ich hab, wurde auch noch einen Besuch nicht gegeben. Ich hab das gemacht. Mach das. Ich hab, was über! Jetzt hab ich... Bei mir hat jemand geklingelt und ich habe mich so erschrocken. Weißt du mal, wie viele Rezepte es gibt? Kürbis. Wir gucken einfach mal. Vielleicht habe ich auch wirklich schon alle. Oder mir fehlt noch eins. Nicht mehr kennt er heute meinen Daumen nicht. Dann wird was von hier. So. Oh, Kürbis. Okay, Bonbons haben wir. Erschrecken. Halloween-Keks. Kürbis-Gelande haben wir. Und das Rezept auch. Eine Kürbische Teelampe auch. Das Rezept auch. Kürbis-Noschkopf. Tischgedeck. Kürbisboden. Kürbis-Satz legen. Kürbis-Stab. Kürbis-Teppich. Kürbis-Tapete. Kürbis-Tapete. Heute gibt es Soma und verschiedene Backroom-Games. Also ich mach nachher auch noch meinen Puls an. Gib mir die Konsequenzen. Das tut mir voll leid hier anruf. Das tut mir voll leid hier anrufen. Ich hab's gegründet! Ich hab's gegründet! Ich Prayersprache So, jetzt haben wir was durch. Tentatron! Yes! Tentatron! Okay, Guys! Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge!